Du, obwohl wir uns sehr gut verstehen und auch häufig sehen, muss ich dir was mit dem Video gestehen. Das reimt sich also komisch. Du bist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Willst niemals nehmen, sondern immer geben. Und, ja, und, dein Herz ist wahrscheinlich blütenrein. Ich kann ohne dich einfach nicht mehr sein. Empfindest du doch ebenso? Darüber wäre ich dann sehr froh. Ich kann ohne dich nicht mehr sein. Ich kann ohne dich nicht mehr sein. Untertitelung des ZDF, 2020